Das ist ein Signal an die Resistanz! Mit der Medal of Honor, ich denke, dass wir endlich das Gefühl haben, dass das 20 Jahre alt ist, dass man sich in den Boots sehen kann, dass man sich in den Augen sehen kann, und das ist die wichtigste Teil des Projekten. Komma, Minkada! Es gibt keinen Moment in diesem Spiel, wo du einfach relaxierst bist, du bist in der Krieg-Zone. Du bist ein Mitglied der OSS, der Office von Strategic Services. Das ermöglicht uns die Geschichte, wo der Spieler zu gehen, zu all diese unglaublichen Pläne. VR hat so eine andere Level zu sein, weil die Leute natürliche Interaktieren mit den Dingen wie sie in der Realität machen. Wenn du in der Sherman-Tank oder in einem Flugzeug, oder in einer Nazi-Base, das Level der Immersion ist unprecedented. Durch die Power der VR, du steckst eine Walle, du ziehst deine Gäste, du ziehst eine Grenade im Mid-Aire und schlägst sie zurück. Das sind alles Dinge, die du selbst machst. Es ist spannend, und es ist terrifying, und es ist Spaß, und es ist cool, zu helfen, diese Erfahrungen für die Leute. Wir machen ein Spiel über die Realität der World War II, also für uns, die Authentizität war alles. Wenn du auf das Headset auf fühlst, du fühlst, wie du zurück in World War II-era, Europa. Es ist eine sehr surrealistische Erfahrung zu sein, zu sein, zu sein, zu sein, zu sein. Du fühlst nicht die Geschichte auf einem flat-screen. Du fühlst die Geschichte mit deinen eigenen Augen. Wir haben die Möglichkeit zu sitzen, und interviewen Combat-Veterans von World War II. Es ist sehr emotional, und sehr inspirierend. Und das macht uns zu tief in unsere Charaktere. Und du, als Spieler, auf eine Abenteuer die Spanns die größte Momente der Krieg. Die Medal of Honor Franchise immediately gibt uns etwas mehr Intermittes, mehr Cinematic. Games sind am besten wenn sie immersiv sind, und wir finden all sorts von kleinen Dinge man kann in Traditioner machen. Having die Backung von Respawn und Oculus gibt uns die Möglichkeit zu pushen die Boundaries in manchen wie es nicht mehr vorhin. Wenn du jemanden es spielst, wenn sie sich in der Spiel verlieren, das ist sehr beeindruckend. Wenn der Spiel wir machen, unigt die Menschen und die Welt illuminiert, dann haben wir was wir tun zu machen. die Welt zu vermitteln. Die Welt